Die im öffentlichen Dienst, die sind doch alle gleich, sagen viele. Aber das ist natürlich nicht wahr. Es gibt die Rechner und Prüfer und die Aufpasser. Die, die erziehen und die, die heilen und pflegen. Es gibt die Unerschrockenen und die Unermüdlichen. Es gibt die Verwaltung und die, die für Ordnung sorgen. Die einen kümmern sich um Bildung, Soziales und Kultur. Die anderen schützen Umwelt und Verbraucher. So unterschiedlich wie die Aufgaben des Staates sind auch die Aufgaben der Menschen. Herzlich willkommen. Wir wollen uns heute etwas besser kennenlernen. Deswegen werde ich euch jetzt einige Fragen stellen. Wer von euch singt unter der Dusche? Wer von euch schläft nachts allein? Und plötzlich sehen wir, was uns miteinander verbindet. Wir sind kleine Brüder und große Schwestern. Wir sind Menschen, die Angst vor Spinnen haben. Und Menschen, die schon mal ein Leben gerettet haben. Es gibt die Glücklichen unter uns, die von ihren Kindern für ihren Job bewundert werden. Und die, die nicht jedem erzählen, was sie beruflich machen. Wir sind Menschen, die bei der Arbeit schon mal beleidigt wurden. Die im Dienst schon mal in Lebensgefahr geraten sind. Und Menschen, die einen lieben Kollegen verloren haben. Wir sind Menschen, die montags gerne zum Dienst gehen. Die an die Liebe auf den ersten Blick glauben. Die schon als Kind wussten, was sie mal werden wollen. Und für die eines außer Frage steht. Wir alle glauben, dass unsere Arbeit Sinn macht. Vielleicht haben also diejenigen doch recht. Die sagen, die im öffentlichen Dienst, die sind doch alle gleich. Denn wir alle sind Menschen im Dienst der Menschen. Denn wir alle kijken. Untertitelung des ZDF, 2020